Moin Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial auf meinem Kanal. Mein Name ist Leo und heute möchte ich dir die LENB-Funktion in Google Sheets vorstellen. Wenn du keine neuen Tutorials mehr verpassen möchtest, abonniere meinen Kanal. Dort findest du auch viele weitere Videos zu Google Docs, Google Slides und natürlich auch zu fast allen Funktionen in Google Sheets. Und los geht's wie immer nach dem Intro. Viel Spaß! Mit der LENB-Funktion kannst du die Länge in Byte von Zellen dir ausgeben lassen. Dafür habe ich hier auch einmal eine kleine Tabelle vorbereitet und zwar einfach mit zufälligem Text, also mit Buchstaben, mit Zahlen und Buchstaben in Kombination. Und wenn du die LENB-Funktion verwenden möchtest, tippst du einfach in deine Zelle ist gleich LENB und tippst dann einfach die Zelle an, die du überprüfen möchtest. Und hier für die erste Zelle sehen wir, dass das Ganze eben bei ABC 3 ist, also es sind dann eben insgesamt drei Buchstaben. Und wenn ich das mal auch auf die Zellen hier unten drunter anwende, sehen wir, dass dann hier quasi auch eine 9 erscheint bei dem Wort zufällig, weil hier noch ein Leerzeichen in der Mitte ist. Und hier unten, wo der ganze Text mit Zahlen und Buchstaben fortgeführt wird und dann eben auch wieder mit Buchstaben endet, wird das Ganze hier eben korrekt mit 7 angegeben. Ich kann auch einmal hier das Leerzeichen wegmachen, dann aktualisiert sich das natürlich. Und wenn ich dahinter und davor zum Beispiel noch ein Leerzeichen mache, dann wird hier die Länge auch dementsprechend auf 10 aktualisiert, da eben noch davor und danach ein Leerzeichen dazukommt. Und das Witzige ist, die LENB-Funktion hat genau genommen die gleiche Ausgabe wie die Länge-Funktion, denn wenn ich hier die Länge-Funktion auch auf alle anderen Zellen anwende, kommt da im Grunde genommen genau das gleiche Ergebnis aus. Und ich finde das immer witzig, dass Google Sheets manche Funktion in irgendeiner Art und Weise doppelt hat. Also ich weiß nicht, ob das jetzt einen Unterschied macht, dass die LENB-Funktion die Länge in Byte zurückgibt, obwohl das anscheinend immer genau die Anzahl der Zeichen ist. Aber die Länge-Funktion macht das eben genauso. Also die gibt auch die Länge der Zeichen zurück. Zwar nicht in Byte, aber das stimmt hier halt einfach überein. Ich habe aber auch kein Beispiel gefunden, was da jetzt genau der Unterschied ist. Falls du da mehr weißt oder mal andere Sachen ausprobiert hast, schreibe das gerne in die Kommentare. Ansonsten könnt ihr die LENB-Funktion 1 zu 1 genauso benutzen wie die Länge-Funktion. Ansonsten war es das mit dem Tutorial. Ich hoffe, ich konnte dir damit weiterhelfen. Hast du eine Frage oder Vorschläge, schreibe es in die Kommentare. Like das Video, wenn es dir gefallen hat und abonniere meinen Kanal, damit du keine neuen Tutorials mehr verpasst. Jeden Dienstag und Donnerstag um 10 Uhr kommt ein neues Video online. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Bleib gesund. Ciao! Bis zum nächsten Mal.